Mama e il bambino. Una storia per la vita. Un amore infinit. L'amour d'une mère pour son enfant ne se confond pas avec l'amour d'une femme pour son homme. Als das Kind Kind war, hatte es für nichts eine Meinung. Hatte keine Gewohnheit, saß auf dem Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte eine Wirbelkarte und machte kein Gesicht beim Fotografieren. L'amour, c'est donner ce qu'on a pas à quelqu'un, qui n'en veut pas. Jacques Lacan Als das Kind Kind war, war erst die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum als das Kind? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Alles, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind?